Die 180 Tage Mood Camp haben sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, die Veränderung sieht man auf jeden Fall an mir. Viel mehr Energie und Power. Fünf Worte, mit denen ich das Mood Camp beschreiben würde, wäre auf jeden Fall Schweiß, Muskelkater, eine Menge Spaß, Hunger, keine Donuts. Meine Emotionen für das Mood Camp sind, mutig zu sein und das sieht man auch auf jeden Fall. Also dankbar bin ich auf jeden Fall mir selbst, dass ich es durchgezogen habe, meinem Trainer und Fitness First, die mir die Möglichkeit gegeben haben, aus mir genau den Athleten zu machen, der ich jetzt gerade bin.